Ich war beim Confident Content Creator dabei, weil ich Jessicas Energie so liebe. Ich finde sie fantastisch in ihrem Storytelling. Ich klebe an ihren Storys und ich schaue nicht viel in Instagram. Ich habe dafür nicht viel Zeit als Mama und mit meinem Business, da bleibt nicht viel Zeit. Aber ihre Sachen muss ich angucken, weil ihr Storytelling so fantastisch ist. Sie ist einfach so ein Profi da drin und das sage ich, obwohl ich selber Film und Drehbuch studiert habe, Grafikdesignerin bin und YouTube-Coach bin. Das heißt, ich kenne eigentlich die ganzen Stellredchen und beobachte bei vielen, wie sie genau die Konzepte fahren und versuchen, das irgendwie genau nach Strategie zu machen. Bei Jessica fließt es aber einfach so krass, dass ich mich da auch fallen lassen kann und nicht mehr der Beobachter bin und der Analyst, sondern ich kann da wirklich richtig drin aufgehen, was mitnehmen, was lernen und die Energie ist, wie gesagt, sehr ansteckend von ihr. Deswegen musste ich das Programm buchen und ich wurde nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich bin ohne Erwartungen da reingegangen. Wie gesagt, weil ich ja selber sehr viel weiß. Aber wenn man von jemand anderem gecoacht wird, ist es nochmal was ganz anderes. Sich selber coachen geht, finde ich gar nicht irgendwie. Und ich habe so viel mitgenommen. Ich bin auf so viele Erkenntnisse gestoßen. Und obwohl ich dachte, ich bin schon sehr, ja, confident in meiner Positionierung und in meinen Aussagen, habe ich gemerkt, dass ich ruhig noch mehr meine Meinung präsentieren darf, noch mehr polarisieren darf, als ich das schon tue. Wie ich es auch meinen Kunden immer empfehle. Aber, wie schon gesagt, man braucht nochmal einen Blick von außen. Und ich habe dadurch Postings erstellt durch den Confident Content Creator, die direkt zu Kunden geführt haben. Das ist so krass. Also auf Instagram, darüber bekomme ich schon auch ab und zu Kunden. Aber es waren gezielte Nachrichten auf die Posts hin, wo die Leute geschrieben haben, dieser Post hat mich jetzt dazu veranlasst, dir zu schreiben. Du scheinst genau die richtige für mich zu sein. Und es ist so, so, so cool. Deswegen herzlichen Dank an dich, Jessica, für die ganzen Erkenntnisse, für die Inspiration und einfach für deine ganzen Inhalte, deine Präsenz. Und ich kann meinen, kann den Kurs wirklich von Herzen an euch alle, die ihr jetzt überlegt, ob ihr den Kurs kaufen sollt, empfehlen.